Wunderschönen guten Tag, wir sind bei einer weiteren Folge, ähm, Auerweite Platin. Mittlerweile, Daniel wieder Gold 5. Ja. Dank Pechsträhne wurden auf die Botlane verbannt. Und mal schauen, was sich hier reißen lässt. Ja, vor allem davor wieder das Spiel. Ja, äh, ich möchte supporten, ich möchte Mitte, ich möchte Top, ich möchte ID Carry, ich möchte Jungle. Zack, alle kriegen ihre Rollen, zack, ein Gegner dodge. Noch bevor wir überhaupt fertig waren mit Picken. Jedes verdammte Mal, ey. Jep. Aber das andere Team war wenigstens auch nicht so unglaublich, äh, heulsusig, wie andere Teams, die man teilweise hat, wo fünf Leute anfangen zu schreien, Mitte! Ne, wenn du Mitte gehst, dann gehe ich auch Mitte und dann machen wir fünf Mann Mitte, öh, ist mir doch egal, blablabla, Afka. Ich gehe schon mal auf die Lain, Phil, damit ich nichts verpasst. Ja. Ach, ich verpasse schon nichts. Okay, ich verpasse einen Creep. Aber wenn der SW jetzt nicht bald auftaucht, äh, auftaucht er auch, der verpasst keins. Puh! Oh, diese Hitze macht mein PC immer noch so kaputt, ey. Ja. Ich glaube, es ist, ich noch weniger FPS als sonst. Boah, er ist einer, der die ganze Zeit seine E-Mots auf den Sack geht, ey. Ist meine Rakete gerade einfach nicht angekommen? Ich hab's gesehen. Ich hab die eine losgeschossen, aber die ist einfach irgendwie mitten auf dem Weg wieder verschwunden. So, ich bin dann jetzt nach dem nächsten Creep Level 2. Ja, ich nicht. Ich hab den Minuten Ward geplaced. Mhm. Unsere Jungle Seite. Du kannst ja gleich mal gucken, ob du einen in den Busch reinkriegst. Dass wir uns dann die Dinge jetzt mal angucken. Die Sona, wie viel Leben die hat und wie viel Arme und so weiter. Keine Arme. Oh, die kann ja natürlich hochheilen. Mhm. Ach Gott, dass man das so macht. Ich will die ganze Zeit noch ein Ding ins Theater herknallen, aber ich darf nicht. Ich muss mal auf den Legs. Na dann, machen wir mal ein bisschen den Tower an. Dann geh ich schnell zum Drake. Pass auf, du bist allein, ja. Ja, ich hab noch Jump und Flash als ready. Ich meine, was soll kommen. Was soll schon passieren? Ich glaube, wenn die Sona nicht gerade oben ist, müssen wir es halt irgendwie versuchen, die runterzubursten. Oder denen so viel Angst machen, dass wir die Sona dazu zwingen, den W zu skillen. Ja. Hast du geguckt, ob die Premade sind? Ich meine, die sind nicht Premade. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich muss auch fahren, wenn ich nachgucke. Hast du gar keinen getroffen, oder? Ja. Ach, hast du auf das Creep dein Schild gemacht? Mhm. Was macht die denn? Das war ja worth it. Für ein Wort. Oh, die scheinen jetzt ziemlich gut klar zu kommen, unser TF. Mit unserem Timo müssen wir da nochmal gucken. Das ist mir nur gut, Creep, bitte. Creep, go! What are you doing, Creep? Stop! Weil ich das Pushen nur ausstellen könnte. Auch so lange er anfängst mit seinem Kugel zu last hitten, ist das schon okay. Na, kann er lachen, bis er gleich tot ist. Was ist denn da rumgepingt, ey? Vor allem haben die Minions bisher mehr Schaden an uns gemacht als unsere Gegner, oder? Hä? Du hast doch ein Schild auf ihr, oder? Ja, das haben die scheinbar geändert. Das ist mir gestern schon aufgefallen. Kannst du? Achso. Dass, äh, das nicht immer trifft. Je nachdem, worum sie steht, scheinbar. Ist ja mies. Ja. Na gut, der Drache muss dann hinter ihr sein. Ja, oder vor ihr. Hm. Ja, je nachdem, welche Richtung du da ausschießt. Ich habe eine bei 46. Ah, ich habe einige verkackt. Ist mein erstes AD-Game heute. Rymus kommt zu uns. Hm. Rymus. Rymus. Kate. Lol. He wants it. Schein ist noch nicht Level 6, oder? Ne. Boah, ist ein offensichtlicher Bait. Das war's ja totally worth it. Definitiv. Wie sonst Baiten wollt, ne. Und Schild kam zu spät. Hm. Hat aber auch nicht schön gemacht, muss ich sagen. Ne. Ja, Shen fragt mal Assistants, hallo? Na ja, TF ist Level 7, ne. Ich hätte eigentlich ganken können. Soll ich mein letztes fürs Dings raushauen, oder nicht? Für was? Für ein try. Ja, wir müssen eh gleich back, oder? Obwohl, der ist so low. Ach, ich habe mal mit meinen Ignite in seinen Barrier geknallt. Mana hat er genug zum wegspringen. Ich weiß noch nicht, was der Shen da versucht hat. Also, dass die Sona so dumm war, das wäre ja noch ganz lustig, aber... Ja. Ja, der Lane wurde gepusht, bla bla. Ja, und, äh, ich glaube, ein Triple Kill ist mehr wert als ein Tower. Definitiv. Ja, gut, er würde niemals den ganzen Tower verlieren. Ja, selbst wenn er den kompletten Tower verliert, Mann. Ja, stimmt schon. Man müsste ja so im Vorteil sein, dass er die Lane eh komplett wegzonen kann. Ja. Nein, wenn er dann noch Free Farm kriegt. Problem ist, dass wir jetzt nicht back waren, ne. Ja. Oh, es geht in 1 FPS schon wieder. Hm, ich kann das. Das ist wieder flüssig. Den kaufen wir ab. At least. Sollar ist doch nicht so schlimm. Lass uns back gehen, oder? Ja. Ist gepusht genug, auf jeden Fall. Ich habe 2.100 Gold. So krass, Shen stimmt auch noch, oder? Nein. Jetzt geht das Geflame los. Shen fängt an Leute zu blamen. Er überlebt das Scheiße. Hätten wir jetzt mal ein S-R-R-A. Ein Easy Double Kill. Ja, Shen, und wie weit hilft uns das jetzt? Darum geheule. Ich habe die Kleidung... ... und dann möchte ich nur was machen. Ich halte es nicht so구. Und jetzt gehe ich in die Umwelt. Wie geht das denn jetzt ab? Loll und der Bastille ist komplett runter, ich konnte nicht mal mein E machen. Ich glaube die wollen einen Drake machen Philipp. Ich glaube auch. Im Top wird gerade gegangt, da kriegen wir auf jeden Fall einen Free Drake. Ich bin auch nicht begeistert von Timo, also dem Champion an sich auf der Top-Lane. Aber wie krass ich mich hochheile. Übertrieben. Lass dich doch pushen man, der ist gerade alleine auf der Lane. Und du hättest die Lane bis hier hinten hin ziehen können. Ich würde die aber gerne in den Tower pushen. Ich kann sie auch hier lassen. Naja, jetzt ist es zu spät. Trotzdem momentan eh nicht ran. Oh, du ziehst gut, Alter. Ich hab Ignite und Ex... ja, ich hab Ignite ready und Ulti. Ich hab Exhaust ready. Ja, wenn ihr nochmal so nahe kommt, ist der auf jeden Fall tot. Hat die Flash? Du darfst die nicht haben, oder? Nein, noch nicht. Oh, ich werd gleich greedy. Aber der SP hat auch aufgehört zu lachen. Lol, mein E ging nicht auf. Sorry. Ich hab's eigentlich auf Krebs machen und... Pass. Nein, Karst hat Krebs, mein Gott, die 18 Gold jetzt. Piu. Ich hab ihn noch holt. Ja, ich hab das noch. Ich hab glaube ich keine Ahnung mehr. Ja. Krass, wir haben einen Kill rausgeholt noch. Obwohl die uns gegankt haben. Ja. Ja, wir gehen jetzt auch nicht mehr drauf. Der überlegt auch, ob er jetzt rein geht oder nicht. Vielleicht hätte ich mich taunten lassen sollen. Hm, nee. Safe ist safe. Jetzt gar nicht. Ja. Boah, du hast 16 Krebs hinten. Hm, wie gesagt, momentan. FPS und Schauerhaufen daneben. Ja. Gucken, vielleicht verliert der ja noch ein paar im Tower. Bevor ich den Tower wegreiße. Den großen soll er irgendwie verlieren. Ah, nevermind. Ja. Ich bin noch nicht weg. Die Wave mach ich noch fix. Ich kann nicht den auch gehen. Ja, ja. Der sagt Danger Danger. Am Blue Buff. Haar Voltage. Und der TF hat Probleme. Hm, dann wird's auch sterben selber. Ich eile ja schon, mir irgendwie dazu helfen. Ich würde nicht an seinem Blue sein. Ja, doch. Na wohl. Na. Da ist er nämlich wieder. Da war Rammus. Rammus. Boah, jetzt renne ich auf der Toplane rum. Wie kack ist das denn? Ich bin auch dabei. Schöner Taunt jetzt. Von Shen, nicht von Rammus. Ja, die sollten wir nicht sicher haben. Ich bin ja klar. Ich bin ja klar. Ich bin ja klar. Jetzt soll ich die machen. Wollte gerade sagen. Kümmern uns erst mal um den Tower. Wir gehen uns dafür Bot Tower. Müssen wir fallen, vielleicht kriegen wir einen zweiten Top Tower. TF, du könntest dann eigentlich auch Bottom verteidigen. Er soll weggehen, Alter. TF! Jetzt hat er gecheckt. Ja, dass er porten kann. Na komm, das ist weg porten. Incendie, ja. Da muss auch mal Schuhe dazu. Er stirbt drauf, oder? Das war close. Hat er gut aufgepasst. Das muss man ihm lassen, das tut er wirklich. Jetzt verloren wir, weil er es echt nicht mehr worth it gewinnt, glaube ich schon fast. Ja, es geht, der Doublekiller hat halt viel rausgerissen, da hätten wir einen Tower verloren und TF, dann nicht mehr. Dreck schon wieder da? Jetzt gerade der Sekunde Jetzt habe ich mir nur gerade esgeladen Aber wirklich jetzt gerade als ich hingegangen bin Als du gefragt hast Nice Rumors kommt wahrscheinlich bottom Also Zola Ja hau ab Machchakane du Wir sind mit vier Leuten unten Rumors auf Stirb Ein nächster Free Drake Also wir sollten auf jeden Fall goldtechnisch weit vorne sein Ja Spring rein Ich springe da jetzt nicht in vier Leute rein Klar Jetzt Ich gehe healing Ich gehe heal Ich habe eigentlich darauf gewartet dir die Ulti geben zu können Aber Waren wir gegen ehrlich mit klein Ja du alles super gepasst Ja Yeah! Klingt jetzt total glücklich, das bauen zu dürfen. Ja, bin ich auch. Ich mag das Item. Das ist wirklich ziemlich krass. Ich brauche es auch gerne auf jedem Support. I got the Boots! Like Jagger. Ziemlich krasse Boots, like Jagger. Wenn du jetzt keinen Wundervoll führst, stirbt er. Boah, das ID gedodget hat, ne? War auch ziemlich lucky. Die geben jetzt auch gerade alles für einen Kill. Auch unseren Zweiten? Ja. Was soll TF denn machen? Schon ziemlich krass, mal nicht der Angeflamte zu sein. Ich bin das irgendwie gar nicht gewohnt. Obwohl wir Duo-Q sind, ne? Mhm. Ja gut, aber wir haben keine schlechte Leistung bisher gebracht. Ja, das macht ja sonst auch keinen Unterschied. Shen, ich habe es verstanden. Vielleicht, aber dafür 10.000 Picken. Ähm, ich werde da nicht reinspringen, ne? Ich kann da nix machen, Alter, sorry. Ich kann da nix machen, Alter. Sorry. Da, Samin. Soll ich mit dem Geflamer aufhören Klatsch Die Tower haben sie auch mittlerweile ausgeglichen Lass mal außen rum gehen, gucken ob wir die Luxor wie kriegen Ja, lass mich vorher Drake Warden Vergiss es Warden ist was für Weicheier und Mem Da ist ein Ward Schade Just don't fight now Oh, ich möchte so gerne fighten Oh, die Luxor placed aber viele Wards momentan Ah, der TF wird mir auf dem Sack Obwohl, äh der TF sag ich schon Der tründet mir auf den Sack gehen Der Shen hat selber overextended vorhin unter dem Tower da Ja, der Hat einfach nur nicht so offensichtliche Fehler gemacht Also er hat auch genug Fehler gemacht Aber die hat keiner so gesehen Ja Hat der echt das Ding ins Item gebaut? Wir bauen in letzter Zeit richtig viele TS Frag mich nicht Echt Da oben war der drinnen noch Und sie invaden den Gegner Jungle obwohl die Burren haben Auch ein bisschen krass Ja Muss ich wenn ich nicht alleine warden gehen Ja Und Wards im Gegner Jungle sind immer vorteilhaft Ich werde aber gleich das Mikael bauen Weil wenn du dich einmal getaunt kriegst Bist du tot mit Lux Ulti und so Ja, das ist nice wenn du was dann Packst Aber erst nach dem Aegis wenns geht Ja, mach ruhig Ich krieg kein Bestel late wenn er mir dann in den Farm wegnimmt Ach, gehen wir doch nicht auf den Sack Du hast den großen noch bekommen Hab ich? Mit dem E wahrscheinlich oder so, ja Okay Hab ich eigentlich nicht geschossen aber Nein Ja, auf jeden Fall Der hatte noch 10 Life nach deinem Nach ihrem Coup Und dann Ich dachte der Dingensetting missmited Lauf hier unten lang Unten lang Unten lang Unten lang Pathfinding FTW Ja, die laufen am Brake lang Da ist auch Lux Scheinbar kommt der Brake gleich so wie die da stehen Scheinbar kommt der Brake gleich so wie die da stehen Scheiße Ich hab mir die Ulti geben müssen Ich hab mir die Ulti geben müssen Ich hab mir die Ulti geben müssen Ich glaub ich gar nicht Ich hab die Ulti geben Ey ich darf やermal shoppen Danke Ja, zwei Tore verlieren wir jetzt Aber die haben keinen Baron mehr Ja, ja, sollten wir eigentlich fighten. They want me. A bit. Wuh! A bit. A bit. A bit. A bit. A bit. And we can fight anyone? And we have lost two. We have only one. I will get a bot full of damage and then I will come back. A bit. 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 All right. A bit. 40 minute. 38 minute. 40 minute. Las sharez da. A bit. Stürb doch einfach Da müsste dieser eine Lucky Crit mal kommen, ne? Ja Okay, das ist nice Er schafft es noch, da zu verkacken Oh, jetzt kommt er Boah, ich hab gedacht, ich kann schnell Ulti schießen Jo, stimmt, Free Baron So, verlieren wir zwar noch Ja, zwei sind tot, das können die nicht halten Wenn er sich jetzt nicht outsmiten lässt, aber dann haben wir auf jeden Fall Grund, ihn hart zu flamen Frischen Wort haben sie Nee, Flame möchte ich nicht, aber dann darf er sich echt nicht mehr mit dem TF beschweren Ja Ja, danke Pfff, ich dachte schon Ja Boah, wie lange fliegen diese Geister? Nein, lass es Ich weiß Versuch es doch Wäre ich ein bisschen hier dran gewesen, hätte ich die aber schnell kriegen können Ja Oh, ich kann ja auch wenigstens die Creeper 4 in der Mitte aufhalten Ja, natürlich nicht Merkt man, merkt man Du bist ne Des sind umgefallen auf jeden Fall, nachdem ich Q gemacht hab Soll ich ein Team suchen und von der Solo-Q fernbleiben? Sollen wir jetzt einen Mitscheid haben oder was? Ich brauche diesen Red-Buff. Shen, beweg dich. Nicht die ganze Zeit nur tippen. Oh lol. It's a trap. Die Ulti war verschwendet. Es gab keine Chance, dass sie das überlebt. Ja. Vor allem, irgendwer lässt sich immer trappen ey. Hm, vor allem jetzt, wo wir gerade mal Baron haben. Ja, boah, wie sind zwei Ulti direkt raus da, ey. Den Snare habe ich zu spät gesehen. Die könnte hier ein bisschen runterpoken. Boah, kann er die Karten nicht direkt dahinter werfen? Guck mal, was ist denn los mit dem? Ja, pick Blue Card. Ich brauche michaels. Na ja, ich brauche noch 400 Gold. Ich brauche dir so dringend einen. Boah, lass mich echt noch ein bisschen in Ruhe. Ja. Nice. Dann kriege ich ihn auch noch. Und es reicht, ich habe meinen Last Whisper. Immerhin, ey. Und drei Super Creebs übrigens auch weggehauen. Aber vielleicht ein bisschen Ruhe da oben. Ja. Vor allem, ich habe Timo noch gar nichts machen sehen, wa? Die haben noch einen Burst, ey. Was? Ich habe Timo noch gar nichts machen sehen. Nee, ich glaube es ja noch nicht. Außer, dass er einmal in den Busch da eingelaufen ist. Da kann ich mich noch erinnern. Ja. Ich glaube, er gestorben ist, ja. Jetzt, wo ich mir Mika jetzt leisten kann. Jetzt, wo ich mir Mika jetzt leisten kann. Und da ist drin in der Mitte. Ich habe mir Mika jetzt immerhin ver- Joach, wo ich mir Mika jetzt machen kann. Keine Ahnung, die sind alle mit Ich hätte zum Red Buff hätte den ganzen... Oh fuck Boah, ist die Luxe da keine Ulti mehr? Mhm Ja, ich hätte einen Flash taunt oder so Irgendeine... Wann muss der Shen mal reingehen? Oh fuck Fuck you Danke SW-Ulti ist auch raus Jetzt geht er rein Scherz Das ist ein Scherz Nein Keine Chance Flasht sogar noch in alle Reihen der TF Starke Aktion habe ich gerade Mhm Oder der hätte ich den jetzt catchen lassen? Hm, der ist... Hat den äh... Den 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 drinnen mehr gechast Er ist ein Timo Ja Und hat sich dann auf einen One-on-One-Fight eingelassen Und... Ich meine eigentlich kann er ihn ja blinden Vielleicht hat er das gedacht Ja Ja Der hat keine Home-Guards Der Shen Doch, Hanna Aber er hat sich von dem Creep anhinten lassen Ich chase die jetzt nicht Treasure Hey Schon weiter auf Rebaron Ich komme aber nicht mit, ich def Ja, irgendwer muss ja defen mit mir Äh, mit den Dingens Boah, was geht denn schon wieder mit meinen FPS, Mann? Fick dich. Noch einer vielleicht? Oh, der Jungler ist down. Ich hab ihn. Kann ich das finischen jetzt? Ja lustig, Leute. Ja, der Shen kommt doch weg, oder? Zu dir, oder? Boah, Alter, ich krieg mein... meine FPS nicht mehr unter Kontrolle. Ich muss hier tanken, alles. Loll. So was von out of here. So einen Tower haben wir übrigens gekriegt. Woll ich mir einen Banshees? Ich weiß nicht. Aber sonst mehr Banshees? Guardian? Guardian eher, oder? Die haben ja nur einen Burst. Burst, ja. Burst. Ja, und dann dazu noch einen Blade of the One King. Der wird die siegen? Nein, nein, die werden uns siegen. Gut, dass wir einen Indip noch haben, ey. Und gut, dass ich so viel FPS hab. Das ist ziemlich gut, ja. Ah, jetzt geht's. Komm, wenn ich auf der Base post. Das ist doch noch besser. Base sind doch 8000 Creeps, ey. Ja, theoretisch, wenn die jetzt alles auf mich runterbursten. Wenn ich danach nochmal rausjumpen kann in eine gute Range. Sollten wir den Team vielleicht sogar gewinnen können. Vor allem, wir sind 5 Kills vorne. Ja. Aber wir kriegen bald wieder Indips. Shen muss engagen. Noch ein Chorelias dazu. Wird mal ein bisschen. Wär ganz cool. Wär ganz cool. Wir chasen sehr viel. Wir haben zwei Indips. Ey, die Creeps invaden uns. Und wie gern ich den Red Buff mal wieder von uns hätte. Ja, glaub ich. Was? Was ist das? Was? Ähm. AD, AP, äh. Tank, äh. Hybrid, äh. Timo? Keine Ahnung, ich will's gar nicht angucken. Don't focus, Remis. Don't focus, Remis. Don't focus, Remis. Scheinbar der Intelligente Satz des heutigen Tages, ey. Aber wir sind wieder in demselben Busch warten wollten, ey. Mhm. A Sozialität. Das war super Creep hier noch loswerden. Da kommen glaub ich keine mehr. Nach bottom? Doch. Ach doch, scheiße. Bottom haben die anderen einen. Boah, der wär so out of position gewesen jetzt. Jetzt ne Stuncard. Stuncard. Geht doch. Wenn's ne kleine Stun... Was? Keine Stuncard? Ich hab keine Ahnung. Was? 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 Wieder keine Stuncard. Die Indips sollten wir jetzt locker kriegen und die werden uns forcen. Wahrscheinlich auf dem Fight. Ja, ähm. Wir sollten aber eigentlich defen, ne? Es geht. Innerhalb müssen wir uns auf jeden Fall vollholen. Stimmt schon. Da können die gerade eigentlich nichts machen. Wenn die uns fighten, kriegen wir die. Lol. Tanze. Wir müssen raus. Danke, dass es mich heißt. Bitte. Ja. Shen, was sollen wir machen? Sollen wir uns auch hinterflaschen und taunten? WTF, really? Hast du das gesehen? Nein. Der hat sich... Guck mal, wo er gestorben ist. Da hat er sich reingestellt und meint, er könnte aborten. WTF. Hm? WTF. He's so das glatz 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 glatz. He's so das glatze glatze glatze. Ehh. T-S Nur weil Shen da irgendwie irgendwie die Scheiße macht, weißt du. Ja. Okay, das Luxe dazu ist halt einfach vielleicht ganz nice. Ja. Für die ist unser großes Problem gerade. Naja, ich komm nicht mehr ran. Wird's aber machen, ne? Ja. Ein Fail-Game nach dem anderen, ey. Aber naja, bis morgen, Leute. Vielleicht gewinnen wir dann mal wieder eins. Wär mal schön. Ciao.